Und das nächste Mal ist genau jetzt! So, wo ist denn dieser Zwerge-Typ? Ich finde das einfach so cool! Wer ist Jonathan? Cool! Natürlich, das machen wir! Also, allzeitbereit, ne? Das ist ein ganz besonderes Paket. Ich habe etwas in einem Katalog bestellt. Es war sehr teuer, aber schließlich geht es hier um Jonathan. Er hat nur das Beste verdient. Laut dem Katalog fährt die Kutsche, die es ausliefert, durch das Mist-Peak-Tal. Vielleicht hat sie ein Rad verloren oder so. Es ist ohnehin am besten. Ihr seht euch zuerst dort um. Okay, gut. Na dann. Schön, dass ihr das weiß. Und bitte krank sein, nur wenn man einen Zwerg sammelt. Oder ein paar mehr Zwerge sammelt. Als die anderen Leute auf dieser Welt. Ich meine, ich bin ja... Ob ich irgendwas sammle? Sammle ich was? Ich bin mir nicht sicher, ob ich was sammle. Auf jeden Fall keine Zwerge. Und auch keine Hühner und auch keine Hunde. Und auch keine Piraten und auch keine Katzen und auch keine Baumstämme. Ich meine, es gibt Dinge, die mag ich schon gerne. Zum Beispiel Notenblätter, ja. So Bücher, wo Noten sind. Von berühmten Stücken zum Beispiel. Und da hätte ich auch gerne mehr Teile. Oder zum Beispiel, was weiß ich, was sammle ich noch gerne? Statuen, ja. Ja, aber... Also so als richtig eingefleischten Sammler würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, nein. Aber ich kenne das schon. Da gibt es immer wieder Leute, die glauben, dass man krank ist. Aber das stimmt gar nicht. Und dieser Typ dort hinten, der ist nicht krank. Nein, der hat nur eine Phobie für Zwerge. Er hat eine Phobie für Zwerge, aber er sammelt sie. Nein, er hat einfach nur eine Zwerge. Gerne. So sieht es aus. Und das ist nicht krank. Ja, man. Einfach nur crazy, ja. Also in meinen Augen ist es nicht krank. Aber krank, das kann man ja auf viele verschiedene Arten definieren. Wo ist denn das Miss Big Dal? Na, endlich. Boah, schaut sich mal das Bild an. Ist das nicht Ork? Tsching. Boah, ehrlich. Die können so gut zeichnen. Und diese Ideen, die müssen dann erstmal kommen. Ja, wie dieser Alltag eines Game Designers aussieht, das würde ich echt gerne mal wissen. So, aber wir sind jetzt auf der Suche nach einer Kutsche. Rira, Rutsch. Wir fahren mit der Kutsch. Über Stock und über Steine. Doch, dabei bricht ich nicht die Beine. Oder irgendwie so war das, oder? Ich hoffe. Oh Gott, ich kriege das auch nicht mal aus meinem Kopf, oder? Aber warum dieser Hund nicht mitkämpfen will? Na, großartig. Das heißt, wir kriegen nichts außer unserem Lohn. Es gibt keinen Lohn. Uns hat keiner angeheuert. Was meint ihr? Wir sind verdammte Säbner. Und das bedeutet, wir handeln nur für Geld? Und der freie Wille? Ich sag nicht, dass wir nicht machen können, was wir wollen. Soll das etwa heißen, dass unsere einzige Motivation, in diesem Fall das Geld, von außen kommt, was sich zwangsläufig nicht mit persönlicher Freiheit vereinbaren lässt? Das ist Determinismus. Nein, ich stelle doch nur die Logik infrage, ein derart hohes persönliches Risiko wie bei einem bewaffneten Überfall einzugehen, wenn wir nichts von Wert erhalten. Definiert Wert. Der Überfall ist materiell vielleicht nicht von Wert, aber wie steht's mit dem Spaß, dem praktischen Training und der Erfahrung? Das stärkt unsere Moral und unseren Kampfgeist. Dieser Wert lässt sich mit Geld nicht aufbiegen. Yo, Eddie. Na, ihr sprecht hier von einer moralischen Rechtfertigung. Ich stelle nicht Teleologie gegen Dionthologie. Okay, ich hab genug gehört. Ich möchte jetzt einfach nur wissen, was ihr da getrunken habt. Hier, sollen wir uns etwa genau so lange nicht verteidigen, bis uns jemand anheuert, genau das zu tun? Nein. Reich genug. Hört mal zu. Ich hab vorher euer ganzes Söldner-Ding zerlegt. Wieso tut ihr so etwas? Ich mein, jetzt ist mal eine Erklärung, wenn mir der Seika sagt, dass ihr damit aufhört. Und wie viele seid ihr eigentlich? Ich mein ehrlich, das ist eine Kutsche. Und da braucht man... Das ist genauso wie wie viele Söldner braucht man und eine Glühbirne auszuwechseln. Ich mein, Entschuldige, das ist eine ganz normale Kutsche. Das sind eins, zwei, drei Leute, die haben schon vor einem Söldner genügend Angst. Ich mein, was soll denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf Söldner? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Aber hey, warte mal, da lagen davor grad drei, oder nicht? Okay, das ist... Die verschwinden. Die sind echt cool, ja? Die können das. Ach, diese armen Leute. Aber ist doch auch cool, wie die da liegen, oder? Hat denn eine Sonnenbrille auf? Was ist denn das für ein Riesenteil, bitte? Ein Gorgeli? Dieses Steinornament strahlt eine düstere Aura aus. Vielleicht ist es aber auch nur eine dünne Moosschicht. Warte, stand er da nicht vorher? Also ich mein, bei den Karten, beim Kartenauswählen, 0 von 5 Zwergen gefunden, oder sowas? Das würde mich nämlich verdammt nochmal gut an die Gorgelis erinnern, die es früher immer gab. Und ich reiste jetzt zurück, ich mein, entschuldige euch. So sehe ich das auch, ja? Na, hopp. So, das geht ja gleich viel schneller. Ich mein, ich wette mit euch, dieser Ladebalk kann niemals so lange sein, wie wenn ich da dann den ganzen Weg zurückharte. Niemals. Wenn schon alleine nicht am Weg zwei Ladebalken auf mich warten. Na, dann ab zu unserem Zwergen, Heini. Weil er wartet, ich hoffe, dass das das Geschenk ist, was er sucht, aber da ist ja so ein Sockel gestanden, so ein leerer, ich wette, da müssen wir den dann gleich draufstellen. Aber wie, ich mein, ihr habt seinen Gorgel, den Kopf selbst gesehen, der war ja riesig. Wo haben wir denn bitte einstecken? Wir haben ja nicht einmal eine gescheite Tasche. Mhm, klar. Ich find's irgendwie schon arm, dass da die Leute sitzen und betteln. Aber wieso macht der Logan das eigentlich? Unglaublich. So. Wer ist denn jetzt der Jonathan? Zeig mir ihn doch mal. Dann sitzt er bestimmt. Das wird einfach wahnsinnig überwältigend. Die Leute werden sagen, stimmt, das ist wahnsinnig überwältigend. Stellt ihn bitte auf den Ehrenplatz, ja? Natürlich. Also mal sehen. Hier ist die Anleitung. Warte, was machst du jetzt? Sorgt zunächst für einen angemessenen Ehrenplatz. Okay. Achtet vor allem darauf, dass eure Gartendeko überall ungehinderte Sicht auf den Gargoyle hat. Mhm. Gut. Gargoyle. Gorgoyle. Gorgoyle. Gargoyle. Genauso wie die echten Menschen irgendwie auch, oder? Die machen ja nichts anderes. Oh mein Gott, das passiert jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das geil. Oh mein Gott, ist das geil. Oh mein Gott, ist das geil. Okay, ich bin geflasht. Jetzt schon. Nicht mit dem Feuer spielen. Keine wilden Pilze essen. Sie könnten giftig sein. Und jeden Morgen immer ausgiebig frühstücken. Hm, das ist ja klug. Das ist der beste Tag meines Lebens. Wenn ich das meiner Familie erzähle. Oh, ach nein, ich rede ja nicht mehr mit ihnen. Ach, egal. Das ist wahnsinnig überwältigend. Zwerge sind großartig. Ihr habt in einen Garten voller Zwerge Leben eingehorcht. Eine Tat, die bestimmt auf gar keinen Fall irgendwelche negativen Folgen haben wird. Na, das hoffe ich doch wohl. Aber das entriert mich voll. Stolpere ich morgens aus dem Bett und es geht mir gut. Sehe auf, mein Schmerz und kopf auf, meine Kleine. Oh, Oh, ist das süß. Ob es schön ist oder schneit, denn ein Zwerg ist glücklich und das hasst die ganze Zeit. Denn ein Zwerg ist glücklich und das hasst die ganze Zeit. Ja, denn ein Zwerg ist glücklich und das hasst die ganze Zeit. Ich reise durch das Land und wo immer ich geh, Ich rege meinen Kopf und sage laut und mit viel Heil und sag so sein, es ist mein Schmerz. Alle Zwerge rechts sagen Spitzer kleiner Hut Spitzer kleiner Hut Spitzer kleiner Hut Alle Zwerge links sagen Zwei Fuß groß Zwei Fuß groß Zwei Fuß groß Und noch einmal Stolpere ich morgens aus dem Bett und es geht mir gut Ich sehe auf, mein Spitzkopf mit kleinen Spitzengut Das ist einfach nur geil Oh Gott Ich liebe dieses Spiel und ich weiß, warum ich es liebe weil es genau so verrückt ist wie ich Verdammt normal Ja, ehrlich guckt euch das mal an Das ist einfach nur Wahnsinn Weil die Gorgelis die haben es ja in Fable 2 auch gegeben und die haben aber so Sätze gesagt wie Hey, du schniss mich nie oder irgend sowas ja, total was soll man sagen so Sätze dich runterziehen und runtermachen Ja, du glaubst du kannst es nicht oder so Und so wie es jetzt aussieht hat er die Kraft zu reden von den Gorgelis auf die Zwerge übergeben mit dem, was er getan hat Und ich glaube das hat auch was zu tun mit Null von da 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 Zwergen gefunden Vermisst das Kind Oh, nein oder Verschwundene Stücke Lombard und Pinch brauchen Hilfe bei der Aufführung ihres Stücks in Brightwall Sucht in den Höhlen des Mitzpicks dann nach einem vermissten Kind Okay Problem Was ist mit diesem Morley Stück Hat man es noch nicht gefunden Okay, gut dann nehme ich das Obwohl, was ist jetzt mit ihm schon wieder los Untersuche die Rennbahn Wir nehmen das jetzt mal weil ich mag Kultur Obwohl ich kann mich schon erinnern an letztes Mal also ein Fable 2 da war auch mal ein Kind von Goblins oder so ist das entführt worden und das ist dann von einem Goblin gebissen worden und somit selbst ein Goblin geworden Das fand ich irrsinnig arm weil wir nicht schnell genug waren um dieses Kind zu retten und mussten dann quasi diesen kleinen Goblin der ja früher der Junge war töten Das hat mich oh und das gleich am Anfang des Spiels das fand ich utraurig Warte, renne ich ja nicht richtig gerade? Okay also es aussieht müssen wir so zum Tor und das Problem dass ich nicht weiß wo das Tor ist ja das könnte zu einem Problem werden obwohl das ist ja dort wo die Zwerge waren vorher können die Kugeln hier eigentlich auch was machen außer mir zuzusehen würde ich jetzt auch irgendwie gerne mal wissen oh die Zeit ist aber schon ganz knapp bald vorbei wie ich sehe na dann bis wir beim Tor sind wird es sich schon perfekt ausgehen singen die Zwerge immer noch das würde mich jetzt interessieren da gucken wir jetzt schnell okay das tue ich doch gerne Madame aber das wäre cool dann könnte man immer wieder herkommen und den beim Singen zuhören das finde ich toll dass wir diese Misty gemacht haben und jetzt kommt noch mal etwas viel tolleres jetzt kommt nämlich Kultur Theaterstücke Ah Zwerge ihr werte Dame ihr die ihr in so einer wirren Epoche lebt dürstet euch nicht nach Drama und Emotionen einer korrekt strukturierten Tragödie natürlich nicht ihr wollt euren Sorgen entfliehen ihr wollt glücklich gemacht und erheitert werden sinnlos wir werden uns niemals einig ach wenn wir doch nur Morleys Stück in die Hände bekämen es würde unsere Probleme lösen wer ist Morley es heißt es vereint die Gegensätze von Tragödie und Komödie in einer exquisiten Verbindung der Formen vielleicht findet ihr es ja wir flehen euch an ach bitte was brauchst du dazu denn Morley das könnt ihr euch selbst anfangen lassen aber meine Güte okay machen wir aber erst im nächsten Part und deswegen sage ich auf Wiedersehen auf Wiedersehen